Gut, dass du da bist. Ich bin gerade dabei, unsere Urlaubsliste durchzugehen, was wir schon alles haben. Setz dich mal kurz, dann können wir mal gucken. Du hast ja auch schon ein paar Sachen besorgt, hast du gesagt. Gut. Und du hast das gleich mitgebracht. Eissuper, du hast eine Suncreme gekauft. Sehr cool, lass mal gucken. Schutz und Pflege, schutzt und pflegt die Haut von innen und außen. Okay. 50er gekauft, sehr gut. 48 Stunden Feuchtigkeit und wasserfest. Ich muss kurz riechen, ne? Ich finde so ein Cremes riechen ja auch ganz gut irgendwie. Mach ich auch mal. Riecht gut. Ja, perfekt. Perfekt. Steht da noch irgendwas? Innen und außen. Okay. Gut schütteln vor Gebrauch, nicht in die Augen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wie das war in unserem Urlaub, einen Sonnenbrand holen. Dann streich ich mal die Sonne. Hier weg. Perfekt. Du hast noch ein Aftersun besorgt. Perfekt. Beruhigt und erfrischt. Intensiv. Belege. Sonnengrätzte Haut. Boah, super, dass du auch daran gedacht hast. Perfekt. Was Glycerin, Aloe vera und Panthenol. Boah, das ist hier richtig gut auch für die Haut. Ich hatte schon so oft auch leider einen Sonnenbrand. Das Zeug hilft richtig gut. Auch wenn man zu lange in der Sonne war, dass du kühlst, die Haut wirklich runter. Sehr schön, dass du daran gedacht hast. Hilft der sonnengestressten Haut, sich schnell zu regenerieren. Lügt beruhigend und erfrischend. Spendet der Hautfeuchtigkeit. Schatz, sie würde ausdrucken. Geblickt uns an welcher Haut. Sehr gut. Du musst nochmal riechen. Riecht auch ganz gut. Riech mal. Mal ein Klicks nehmen. Schon raus. Soll ich dir mal ein bisschen was auf deine Hand schmieren? Ich sehe nur ein kleiner Klicks. Fühlt sich gut an, oder? Dann würde ich das auch mal kurz auf der Liste packen. Wo habe ich das denn abgespeichert? Ah, für den Sonnen. Perfekt. Perfekt. Was hast du noch mitgebracht? Oder eine Körperlotion? Was super, dass du an so viel gedacht hast. Aus grünem Kaffee, grüntee, Rum und Rosmarin. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt im Sommer. Lecker. Ich brauche auch ein bisschen was davon. Was steht hier noch? Body Make mit innovativen Wegstoffkompflex. Festigt die Hautstruktur bei täglicher Anwendung. Wie nice. Jetzt auch ein bisschen was. Riecht wirklich lecker. Es hat so eine leicht zitronige Note. Also, ja, gar nicht so zitronig, aber irgendwie... Vielleicht so ein bisschen in die Mitte. Auch so Zitrusfrüchte, so ein bisschen. Was ist denn hier alles noch drinnen? Steht das dran? Also, das riecht auf jeden Fall super lecker. Ich mag diesen, ja, leicht Zitrusgeruch. Ich ruche ja auch total. Jetzt wusstest du. Das ist aber süß von dir. Okay, okay, dann hake ich das mal ab. Sehr gut. Was hast du noch mitgebracht hier? Ah, der B. Ja, gut, dass du dran gedacht hast. Das wollte ich dir auch noch schreiben, ne? Dass du dran denkst an deinen Sonnenschutz. Wichtig. Das wäre auch unseren Kopf kurz schützend. Und die Kopfhaut. Und den North Face Cool, die mag ich ja nicht. Kann ich es mal ausprobieren, wie mir das stehen würde? Ich glaube, das steht hier ein bisschen besser als mir wahrscheinlich. Du kannst mal da hin. Kann ich mal zeigen? Das wird mein Gabi für den Sommer. mit dieser schönen Hose drauf. Ja. Die schützt den Kopf richtig gut. Die ist auch ein bisschen atmungsaktiv. Das ist gut. Weil wenn der Kopf dann nur schwitzt, ne? Da wird es auch irgendwann stickig. Dann kann ich das jetzt auch abhacken. Und dann kommt ihr Bild den Ruck. Ah, guck mal. Meine Sonnenbrille. Da ist auch eine mitgebracht. Ich zeige es dir mal. Ich fände die relativ cool. Moment. Das ist die nächste Teile. Jetzt musst du dir jetzt vorstellen, wie das kombiniert ist mit dem Gabi. Okay. Dann bin ich definitiv zufrieden. Hast du deine Sonnenbrille auch mal gepackt? Jetzt zeig mal deine Sonnenbrille. Ja. Darf ich mir die mal anschauen? Da hinten. Jetzt zeig mal. Jetzt zeig mal. Esprit. Ich möchte die auch mal kurz aufsetzen. Ist das okay? Ich bin für die euch schaut. Schwarz. Sehr cool. Urlaub war ein bisschen groß, oder? Winze. Winze. Ich kann das tragen. Keine Sorge. Ich will die nicht wegnehmen. Meine Sonnenbrille hat ja auch sowieso Sehstärke, damit ich auch draußen ein bisschen was sehen kann, trotz schlechten Augen. Nicht, dass ich im Meer blub, blub, blub mache, weil ich nichts gesehen habe. Ich muss sagen, deine Höhne ist voll cool. Sehr schön. Können wir den Punkt Sonnenbrille auch abhackern? Kleine. Aber jetzt zeig ich dir mal, was ich gekauft habe. Auch passend zum Thema Brillen. Brillenputztücher. Gerade am Strand werden die Brillen. die normalen Brennen. Und natürlich auch die Sonnenbrille. Ein bisschen, ja, dreckig. Mehr Wasser, die salzige Luft, der Sand. Das ist ganz gut, wenn man da eine Packung dabei hat. Die Tücher sind auch wirklich gut. Das sind sogar zwei Stück hier immer. Also da. Ich glaube, hier ist ein Feu genut für den Urlaub. Keine Sorge. Das ist hier so eine riesige Packung. Warum was ich noch gekauft habe? Das ist natürlich ein guter Mückenschutz. Du weißt, wie schnell ich von Mücken gestochen werde. Ja, und gerade da, wo wir hinfahren, da sollen ja auch so viele sein. Das schützt übrigens gegen heimatliche und tropische Mücken. Also, das ist wirklich der Nonplusultraschutz dann, ja. Da sollten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Ja. Ein, was ich noch besorgt habe. Und das kann ich nur noch abpacken. Okay. Was ich noch besorgt habe, hier eine Zahnbürste für uns beide. Welche Farbe meinst du, möchtest du haben? Okay, kriegst du. Ja. Ich habe ja sonst nur eine elektronische Zahnbürste. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt mit in den Urlaub nehmen. Verstehst du, ja. Deswegen dann lieber hier eine manuelle Zahnbürste. Und was ich auch besorgt habe, was man immer immer noch braucht, finde ich. Pflaster. Mit den ganzen Steinen im Meer. Hier jetzt sehe ich so eine Embruch. Fällt man dann vielleicht doch mal ein. Das kann ich dann auch noch abhaken, ne. Das ist wieder. Und hier Desinfektions-Tücher für die Reise und auch fürs Hotelzimmer. Dass man da ein bisschen auch wirklich für hygienische Sauberkeit sorgen kann. Du weißt, wie benebe ich da bin. Ja. Das ist schon ganz gut. Und da habe ich auch noch Desinfektionsmittel gekauft. Auch einfach für die Reise dahin. Weißt du, im Flugzeug und so kann man sich dann ein bisschen die Hände desinfizieren. Und dann einfach diese ganzen Viren und Bakterien. Und man will ja auch nicht krank in den Urlaub starten. Ja. Und die Desinfektionsmittel haken wir ab. Und brinnt die Zahnbürsten. Was fällt denn dir jetzt ein, was noch alles fehlt? Das schreibe ich noch auf. Stimmt, ein guter Punkt. Was noch? Was stimmt? Was noch? Gut, 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 dass du mitdenkst. Ja, und ich glaube, die restlichen Sachen wie Kleidung oder so, die kann ja dann jeder selber packen. Ja. Das müssen wir denn hier nicht zusammen planen. Ah, stimmt, das gehört auch noch auf die Liste her. Gut, gut, gut. Wir können uns ja in der Woche nochmal treffen und nochmal gucken, ob wir alles haben. Ja. Perfekt. Dann können wir nochmal ein paar Sachen anschreiben.